einen wunderschönen guten bonjourner da draußen und zwar es war ja black friday und nachdem die dpd und lego wochen lang gebraucht haben um mal alles zu liefern was ich so bestellt habe sie hatten auch lieferrückstand muss man dazu sagen ist es nun endlich soweit und ich kann euch mit voller stolz präsentieren was ich denn so am black friday bzw der cyberweek von amazon bzw dem vip wochenende alles so eingekauft habe fangen wir an mit eben erwähnten amazon dort gab es günstig diese hübsche police station ich hoffe ihr könnt sie sehen ja gerade mein sohn ja die habe ich mir eigentlich hauptsächlich gekauft wegen einer figur die da drin ist nämlich daisy kaboom hier unten könnt ihr sie sehen da bis ich dann gemerkt habe dass sie auch im adventskalender drin ist hätte ich also doch ein ticken günstiger haben können aber egal dafür ist hier noch wheeler mit dabei der polizeichef aus der lego city serie und so grundsätzlich finde ich dieses set auch ganz nett also muss ich mir auf jeden fall angucken werde ich aufbauen und ich glaube die ist sogar modular gestaltet dass man sie auch immer wieder umbauen kann ja genau hier unten sieht man es auch so ein bisschen da dass man halt immer wieder umbauen kann so genau das kam von amazon ich stelle das jetzt hier mal wieder zurück genau und natürlich 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 habe ich auch fleißig bei lego eingeschaut wie gesagt da gab es halt stückweit probleme mit lieferrückständen beziehungsweise halt bei mir mit der dpd dauert ja immer wochenlang bis die hier mal ankommen aber freunde es ist endlich da es ist endlich da es ist endlich da lange habe ich darauf gewartet das ecto 1 ich freue mich tierisch drüber also ja man hat schon den ein oder anderen gesehen ja irgendwie ist das blöd hier mit der lampe spiegelt natürlich ein bisschen aber egal müssen wir jetzt durch kann die jetzt nicht nicht eben umstellen ja auf jeden fall ein tolles set finde ich und auch wenn da extrem viele sticker dabei sind wobei ich sagen muss was ich bisher gesehen habe von dem set was sticker angeht muss ich sagen finde ich die entscheidung dort sticker zu machen gar nicht so verkehrt weil dann kann man diese eulen rostflecken nämlich weglassen und hat quasi ein hübsches neues ecto 1 am start ja wie das ganze zusammenspielt was ich mich persönlich immer noch frage ist wie wurde aus dem ecto 1a aus ghostbusters 2 wieder das original ecto 1 wurde das zurückgebaut wurde das umgebaut oder wurde ghostbusters 2 schlichtweg ignoriert da bleibt es abzuwarten was uns der film ghostbusters afterlife beziehungsweise ghostbusters legacy dann so berichtet leider wurde der film auf mai glaube ich verschoben aber da hoffe ich darauf dass ich dann einer der ersten sein kann die das im kino sehen so wir bleiben natürlich bei legendären filmen neben ghostbusters gab es noch einen helden meiner kindheit und auch dieser brachte hübsche fahrzeuge mit und ich sehe diese spiegelung ist echt ein bisschen anstrengend von der lampe der 1989er batwing aus batmans rückkehr bzw batman returns dem ne gar nicht aus dem ersten film ist der sogar stimmt aus dem ersten film der erste film mit jack nickelson als joker der ist ja auch als figur mit dabei moment da unten könnt ihr sie sehen die hübschen figuren aus dem ersten batman film überhaupt von 1989 von tim burden mit michael keaton als batman genau und jack nickelson als joker freue ich mich auf jeden fall drauf bin gespannt wie ein flitzebogen wobei ich dazu sagen muss ich habe das 89er batmobil noch nicht mal gebaut aber kommt zeit kommt rat so und dann mal wieder was seltenes gekauft ihr könnt vielleicht da hinten in der ecke schon sehen die ein oder anderen wissen ja dass ich nicht so technik versiert bin und ungern technik baue aber dieses schmuckstück hier schleppe ich schon eine ganze weile auf meinem wunschzettel quasi mit und jetzt zum vip wochenende beziehungsweise zum black friday war im angebot und da dachte ich mir okay er geht vom markt ich muss ihn noch haben der der rote technik kran ich hoffe man kann ihn sehen jawohl man kann ihn sehen die 42 082 kann sie auch hier aufklappen so sehe ich gar nichts mehr aber ich hoffe ihr seht noch halbwegs irgendwas genau der rote technik kran habe ich mir noch gesichert und ich bin echt gespannt also wie gesagt ich bin kein technik freund aber dieses hübsche schmuckstück fand ich doch schon die ganze zeit immer wieder sehr faszinierend und ja ich fürchte ich werde mich da auch aufbau technisch durchquälen müssen aber dieses ding fand ich doch ziemlich ziemlich cool ich sehe gerade auf dem karton ist es sogar ein zwei in eins modell aber ich weiß gar nicht was ist denn eigentlich das zweite modell davon ach so da kann man mobiler freifall hammer ah ja okay man kann das ding also in einer ramme umbauen so das war das was ich so eingekauft habe dazu gab es jede menge gratis beigaben beziehungsweise habe ich jetzt hier vier stück bekommen insgesamt und zwar zweimal das charles dickens gwp ich denke mal das sollte euch durchaus vertraut sein inzwischen ihr habt schon ein paar mal gesehen überall wurde auch gerne aufgebaut ja ich persönlich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht ob ich es aufbaue oder nicht ich habe so viele weihnachts gwp's die ich ins regal stelle und irgendwie nie aufbaue weil lego und weihnachten ja klar gehört für viele zusammen aber ich bin da nicht so der freund von muss ich ganz ehrlich sagen also weiß ich nicht ich brauche keinen lego tannenbaum oder so steht bei mir wie gesagt alles im regal und wartet darauf mal gebaut zu werden oder nicht was ich allerdings ganz niedlich finde als set so an sich ist das zweite gwp und zwar der eiskunstlauf den gibt es glaube ich immer noch im lego shop also falls ihr den auch haben wollte wollte ich glaube 150 euro einkaufswert dann gibt es dieses hübsche kleine set wie gesagt das ist das weihnachtsset dieses jahr beziehungsweise steht es auch drauf limited edition da steht es drauf ja auf jeden fall ein sehr hübsches set mit sehr hübschen minifiguren torsos dieses mal dabei kann man die hier irgendwo besser sehen naja gut ok man sieht es hier bei dem bei dem jungen vielleicht wenn ich die kamera finde da sieht man es ein wenig die haben so hübsche winterliche pullover an so dann gab es noch ein einkaufswert von 200 euro was ja jetzt nicht so schwer war dieses hübsche kleine set und zwar fällt mir dabei gerade auf ich habe ein set liegen gelassen gut dann werde ich vielleicht doch hier nochmal einen kurzen schnitt ansetzen und euch das auch noch zeigen und zwar dieses dieses hübsche brick set gab es nämlich ab 200 euro dazu und ich hatte den ektor 1 mir gekauft der hat ja 195 oder so gekostet und habe dann noch eine kleinigkeit dazu geholt und die werde ich jetzt mal ganz kurz holen deswegen ein kurzer schnitt bis gleich so da ist er wieder ja und zwar das kleinste set in diesem ganzen hall ist dieses hier jurassic world ausbruch der baby dinosaurier das hatte ich mir noch zum ektor 1 dazu geholt um auf den 200 euro bestellwert zu kommen ja freunde muss ich dazu noch was sagen ich finde diese baby dinosaurier die da drin sind einfach nur super super niedlich vor allen dingen das schöne ist ich habe glaube ich vor zwei wochen oder so habe ich gestreamt und da hatte ich die triceratops randale gebaut und da passt natürlich dieser kleine racke hervorragend mit dazu so das war waren die einkäufe jetzt hatte lego interessanterweise mal interessante vip prämien die man sich zusätzlich noch holen konnte die zum teil vergünstigt waren im black friday und da habe ich auch 22 23 sachen besorgt eine davon kann ich im moment nicht zeigen weil das teil einer teil eines geschenks ist aber egal so und zwar ich habe mir hier diese hübsche tasche noch mal bestellt die hatte ich auch schon mal auf meinem kanal vorgestellt und ich finde sie immer noch genial ich glaube dieses mal hat sie 1500 1600 vip punkte gekostet aber ich finde sie halt einfach von der machart und von von der verarbeitung extrem hochwertig und deswegen wollte ich sie einfach noch einmal haben so das war die tasche und was auch sehr edel ist wie ich finde ist dieses kleine kästchen hier der eine oder andere kennt es vielleicht oder er kennt es vielleicht und zwar gab es dort für ich glaube auch ich weiß gar nicht wie viele punkte 1000 oder so oder 800 ich weiß es nicht auf jeden fall ist das ein vip schlüssel anhänger aus metall fand ich auf jeden fall ziemlich edel ziemlich nice und extrem schwer ist er auch also ja es ist halt metall man merkt und ich finde ihn halt einfach total super hier auf der rückseite kann man es erkennen ja so ein bisschen lego vip aufgeprintet naja gestanzt wohl eher oder eingraviert ja eher eingraviert also auf jeden fall doch sehr da kann man es sehen fand ich auf jeden fall sehr edel sehr hübsch wollte ich haben deswegen habe ich mir den mit bestellt ja das war mein vip black friday cyber monday wie auch immer super mega haul ich hoffe es hat euch gefallen schreibt mir gerne unten in die kommentare welches set ihr davon vielleicht mal in einem livestream aufgebaut haben wollt von mir mit euch und ja falls ihr noch nicht abonniert habt tut das gerne wenn euch das video gefallen hat drückt ein däumchen nach oben wenn es euch nicht gefallen hat könnt ihr gerne ein däumchen nach unten drücken aber dann würde es mich freuen wenn ihr in die kommentare schreibt was genau euch nicht gefallen hat das würde mir nämlich helfen den kanal noch weiterzuentwickeln und von daher kritik ist halt immer gerne gesehen und wird auch gehört und gelesen so freunde das soll es gewesen sein von mir macht's gut und bis zum nächsten mal ciao